Hallo, mein Name ist Christian Richter. Ich arbeite im Restaurant Perrior, das ist mein eigenes, als Inhaber und Küchenchef. Hallo, ich bin Alexander Grob, Sous-Chef im Restaurant Freisitzreuth in Gmunden in Österreich. Wir haben früher in der Schule, nach dem Unterricht, immer noch drei Gänge gekocht und ja, da bin ich aufs Kochen gekommen. Das hat alles angefangen, wie ich sechs war, habe ich meine erste Sache dort backen, da waren Mehllöcher drin. Und dann ist es weitergegangen in der Schule, da haben wir gemacht, so Aufstriche und verschiedene Sachen. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht alles sein und habe das irgendwie gefunden für mich und macht noch immer Spaß. Mein Menü hat mich inspiriert, das ist wie alle Menüs, die entstehen, das Marathonlaufen und ja, die Welt der Lebensmittel letztendlich, das lässt ein Menü entstehen. Ich habe für mich persönlich einen eigenen Stil, ich baue gerne Landschaften aus dem Essen und habe versucht, das Beste daraus zu machen. Das ist eine zeitgemäße Küche mit regionalem Bezug und qualitativ hochwertige Produkte werden verarbeitet und ja, betont mit viel Ölen, Gewürzen, Kräutern. Chaotisch organisiert, das trifft zum Besten. Einer leckeren Currywurst. Also ich esse leidenschaftlich gerne süße Sachen und die zu jeder Tages- und Jahreszeit. Ja, wieder einfach eine neue Herausforderung ist es und letztendlich nette Kollegen wieder kennenlernen, das möchte ich vom Koch des Jahres mitnehmen. Ich würde gerne vom Koch des Jahres mitnehmen, neue Kontakte, coole Ideen und neue Inspirationen und nette Kontakte. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020